Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal Inkev. Leute, jetzt wird es eine ganz entspannte Sache und zwar, es geht um ApoRed, es geht um ABK, es geht um Mimi, vielleicht auch um GrunTV. Ja, ich möchte da mal ganz kurz einen kleinen Realtalk zu sagen, weshalb ich ApoRed ziemlich los finde und weshalb ich, ja, sage ich mal, nicht der gleiche Meinung wie ABK bin. Ich möchte das aber nicht auf meinem Hauptkanal machen, weil ich muss sagen, ich bin auch gut mit ABK. Okay, ich würde schon sagen, dass wir so auf Instagram eigentlich ziemlich viel Kontakt haben und ich möchte jetzt niemandem in den Rücken fallen und da jetzt großartig einen Fass dazu aufmachen, deswegen werde ich das hier nochmal am Rande erwähnen. Und zwar haben mir jetzt einige geschrieben, hier, ich bin auf der Seite von ABK, was laberst du für eine Scheiße, warum bist du gegen ApoRed, bla bla bla. Und ich kann euch einfach sagen, ich war die ganze Zeit sehr, sehr neutral, ja. Ich war weder auf der Seite von Mimi noch auf der Seite von ApoRed, wenn nicht sogar ein bisschen Tendenz zu ApoRed die ganze Zeit. Weil ich mir gesagt habe, hier, es gibt keine Beweise für irgendwas, ich finde es einfach nicht nice, dass Mimi die ganze Zeit irgendwelche privaten Sachen legt. Und das fand ich auch bis zum zweiten Entschuldigungsvideo echt immer noch nicht nice. Da habe ich immer noch gesagt, hier Mimi, ich finde es kacke, dass du private Sachen legst. Wie zum Beispiel auch dieses Bild, was irgendeine Zuschauerin im Bett mit ApoRed gemacht hat. Was geht das der Welt da draußen an? Ich finde es einfach nur traurig, selbst wenn es ein Beweis ist, dass ihr ApoRed mit irgendwelchen Zuschauern scheinbar schläft. Aber okay, ja, ich weiß nicht, was das in so einem Video zu suchen hat. Und das fand ich auch nicht gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das dritte Video hat mir einiges nochmal gezeigt. Und zwar das dritte Video hat mir nicht gezeigt, ob ApoRed das mit Carina wirklich durchgeführt hat. Sondern es hat mir gezeigt, dass ApoRed so dermaßen krass lügt, dass man schon von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ausgehen kann. Ich würde noch nicht mal sagen, das ist so, aber es kann sein. Weil der Typ sich so ein Lügennetz aufgebaut hat, dass man dem nichts mehr glauben kann. Und dann gehen dicke, dicke Props an Mimi, dass er sich die Zeit nimmt und ApoRed wirklich auf allen Ebenen, was die Lügen angeht, komplett auseinander nimmt. War ein krasses Video, muss ich sagen, einer der krassesten Videos, die ich bisher von Mimi gesehen habe. Ich kenne niemanden, der so viel Lügen in einem Video aufgedeckt hat und ApoRed dermaßen hops genommen hat. Es war wirklich absolut heftig. Aber jetzt gab es Leute, die haben geschrieben, was, das hat doch gar nichts mehr mit Carina zu tun. Warum macht er solche Videos? Der hat es ja bloß auf ApoRed abgesehen. Dieser Hate, das geht gar nicht, das ist so blöd. Ein ABK hat ein Video gemacht, wo der die ganze Zeit beleidigt hat. Und hat die ganze Zeit gesagt, ja, also der, sagen wir mal so, der hat die ganze Zeit Beleidigungen zensiert. Die ersten drei Minuten und danach hat er die Beleidigungen nicht mehr zensiert. und erwartet dann vielleicht noch Werbefreundlichkeit. Und ich muss sagen, dieses Video von ABK fand ich wirklich dermaßen lost diesmal. Und das, obwohl ich wirklich gerne ABK schaue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ABK hat für mich Kultstatus in der Hinsicht mit diesen Beefs, mit LeChanko und mit Bahar Almut, mega die geilen Videos. Also die geilsten Videos auf seinem Kanal sind diese Videos. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch, der hat die einfach auf eine andere Ebene in Hops genommen. Und zwar auf humoristische Art und Weise. Das fand ich richtig geil. Aber das, was ABK hier gemacht hat, war, er war nullneutral. Er ist nur auf der Seite von ApoRed geblieben, ohne sich auch nur ansatzweise mal die Gedankengänge von Mimi anzuschauen oder anzuhören. Und hat die ganze Zeit nur beleidigt. Und ich muss sagen, selbst wenn er sich selber asozial bezeichnet, finde ich, ging das eine Stufe zu weit. So, das war zum einen enorm unsympathisch, so wie er dort geredet hat. Also die Art und Weise hat mir sehr wenig gefallen. Noch hat das Video großartig Sinn ergeben. Also ich kann es verstehen, dass ein ABK das doof fand, dass Mimi sich jetzt nur noch auf die Lügen bezieht und nicht auf dieses Carina-Thema bezieht. Kann ich komplett verstehen und ich bin derselben Meinung. Letztendlich geht es ja eigentlich um die Carina-Sache, aber mittlerweile wurde ja sehr viel vorbeigesprochen. Allerdings haben die ganzen Lügen ja auch was mit der Carina-Sache zu tun. Und zwar wird jetzt hier auf die Glaubwürdigkeit eingegangen. Und das hat ja mit der ganzen Thematik schon ein bisschen zu tun. Deswegen finde ich, dass das Video von Mimi eine ganz klare Existenzberechtigung hat. Und vielen aufzeigen sollte, dass man nicht alles glauben sollte, was ein ApoRed zum Beispiel sagt. Und dass man dieses Ich schwöre auf Gott sowieso nicht ernst nehmen kann. Deswegen fand ich das Video sehr gut von Mimi. Und bei ABK war es halt so, er ist so krampfhaft auf ApoRed Seite geblieben, dass er alles andere ausgeblendet hat und stumpf beleidigt hat, was ich wirklich nicht gut fand. Ich fand es einfach diesmal nicht gut und ich konnte dem Video auch kein Like geben, obwohl ich gerne die Videos von ABK like, weil die halt mich sehr gut unterhalten. Ja, also ich fand, das war weder Humor, das war einfach nur Asozialität auf einer anderen Stufe und das bin ich eigentlich nicht mehr von dem ABK gewöhnt. Ja, weil ich von ihm da einfach auch persönlich ein bisschen, ja, ein bisschen Reflektierteres erwarte. Es ist einfach so. Aber naja gut, ich fand, das war ein Schuss ins eigene Tor, muss ich ehrlich sagen. Naja gut, auf jeden Fall möchte ich gar nichts weiter dazu sagen, auch auf meinem Hauptkanal. Ich möchte hier niemandem noch irgendwie schaden oder zu der Sache möchte ich mich da gar nicht mehr so großartig äußern. Außer es kommt noch irgendein Video online und ich muss mal ein Video machen bzw. ich mache einen Stream. Da äußere ich mich dazu, aber ansonsten werde ich jetzt hier niemanden in der Hinsicht nochmal roasten. Einfach aus dem Prinzip, weil diese Carina-Sache ja eh dann vor Gericht landet und wir ja eh nicht wissen, was passiert nun. Zu KuhnEV muss ich sagen, ich kann seine Meinung da schon deutlich mehr nachvollziehen. Und zwar wurde er ja belogen von ApoRed. ApoRed hat sich ja jetzt entschuldigt und KuhnEV hat auch die Entschuldigung angenommen. Und ich kann ihn verstehen, wenn er sagt, er kann in ApoRed auch nicht mehr wirklich vertrauen und auch nicht mehr so richtig glauben. Weil ich meine, in ApoRed hat die ganze Zeit seine Leute belogen, hat seine YouTube-Kumpels, sage ich mal, belogen und sie dort mit reingezogen. Und wollte Rücken haben für etwas, wo er ganz klar gerade lügt. Und deswegen finde ich es umso stabiler, dass Mimi eben das aufgedeckt hat, dass die ja dort belogen werden, damit die auch mal das Bild von dem ApoRed bekommen. Und ich denke, das ist auch nochmal ziemlich wichtig, dass man darauf auch mitgeht. Und dementsprechend fand ich das Video von Mimi eigentlich ziemlich gut. Klar, es hatte jetzt nichts an sich mit der Carina-Thematik zu tun, aber ich weiß nicht, wie man großartig so krass dagegen sprechen kann, wie es ein ABK gemacht hat. Und in meinen Augen ist es jetzt momentan so, dass ich einem ApoRed einfach nicht mehr glauben kann. Ich meine, der entschuldigt sich jetzt, aber für mich ist diese Entschuldigung einfach fast schon nichtig. Einfach aus dem Prinzip, dass er einen Tag davor eine Entschuldigung rausgehauen hat, wo er sich nur rechtfertigt und sagt, ja, das hat ja gar nichts mehr mit Carina zu tun. Anstatt einfach mal zu sagen, hier, ich habe gelogen, es tut mir leid, Mimi hat recht, bla bla bla, es wurde ja bewiesen. Und dann plötzlich, ein Tag danach, nachdem ApoRed scheinbar das Video von Mimi gesehen hat, auf einmal entschuldigt er sich. Wow, wie kann das sein, dass er sich jetzt auf einmal entschuldigt? Jetzt, wo der Hate richtig groß wird, jetzt, wo jeder weiß, dass ein ApoRed gelogen hat. Erst jetzt kommt er und sagt, es tut mir leid, ich habe da gelogen oder ich weiß es nicht mehr. Der hat ja noch nicht mal gesagt, er hat nicht gelogen oder er hat gelogen. Er hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich vor vier Jahren gesagt habe. Das ist ja eine Rechtfertigung. Was ist das für eine Entschuldigung? Das ist einfach nur schlecht, das ist einfach nur eine Relativierung und keine Ahnung. Ich finde das einfach lost. Also so wie ApoRed in dieser ganzen Thematik umgeht, auch wenn er sich jetzt angeblich richtig krass entschuldigt hat, es geht gar nicht fit. Und dass er seine Kommentare immer noch filtert und nur die positiven Kommentare rausnehmt, die übel geil sind, das ist Quatsch. Alter, der hat da 70.000, 80.000 Aufrufe und 100 Kommentare. Wie auffällig ist das bitte, dass er alles filtert, was negativ ist? Und ich würde sagen, er hat auch tausende Kommentare, die negativ sind, gefiltert und 100, 200 hat er öffentlich gestellt, die halt für ihn sprechen. Grüße gehen übrigens raus auch an Liz Cabasa, der es scheinbar richtig geil fand, anstatt auf die Thematik einzugehen, zu fragen, ob er dieses Dings COD, Cold war oder sowas mit ihm zocken kann. Bro, mach doch einfach eine private Nachricht, alles hat gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Naja, nichtsdestotrotz, ich finde ApoRed, kann ich nicht mehr glauben. Mal schauen, was er noch so zu sagen hat, mal schauen, wie es weitergeht. Aber je mehr der Videos dahingehend macht und je mehr, dass ich immer noch rausreden möchte, desto unsympathischer wird er in meinen Augen. Ja, und deswegen könnt ihr mir jetzt gerne mal reinschreiben, wie ihr das so seht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, da kommen noch ein, zwei Videos, weil ich finde, ohne Scheiß, ich bin gerade in der Thematik drin und ich fühle das einfach zu 100%. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Abend oder einen angenehmen Mittag oder früh. Ich weiß nicht, wann ihr das anschaut und in diesem Sinne haut rein. Und dann muss ich euch sagen, ich denke ich an das Wängchen, euer Alpha Kevin und ciao. Ach so, ich muss euch wieder ausmachen.